Die AirTag Notvisierung ist ein robustes Backup-Side für den harten militärischen Einsatz mit der mechanischen Präzision eines Wettkampfvisiers. Ein intelligenter Materialmix aus Stahlteilen und hochfestem Flugzeugaluminium erlaubt ein reduziertes Design, geringes Gewicht und somit eine sehr geringe Baugröße. Der federnde Klappmechanismus verhindert eine Beschädigung der Visierung im harten Einsatz. Der kleine und der große Ghost Ring liegen auf einer Höhe, Same Plane. Bei gleichbleibender Zielentfernung ist somit keine Veränderung des Haltepunktes erforderlich. Zur Höhenverstellung des Korns wird keinerlei Werkzeug benötigt. Das AirTag Notvisier ist für alle Standard AR-15-Korne ausgelegt. Somit steht die breite Palette des Off-the-Markets an Kornen in Sonderabmessungen zur Verfügung. Durch sein ultraflaches Design mit einer Höhe von nur 9 mm lässt sich das AirTag Notvisier auch unter extrem niedrig montierten Zielfernrohren verwenden. Die schlanke Bauweise des Rearsides beeinträchtigt die Bedienung des Ladehebels nicht. Die Bauhöhe entspricht der einer Standard AR-15-Visierung. Eine Kombination mit Visierteilen anderer Hersteller ist somit problemlos möglich. Die Wirkung des Wechsels Werbung des den Kornen in Sonderabmessungen Die Leut delay